Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu ZEGA mit Jodor's Mask Es gab eine kurze Pause bei ZEGA Den haben wir im Moment schon ganz süß und sehr oft gewählt wie gut die Kanzler Es geht echt schon ganz so weit Aber was soll man machen? Es ist gut, dass er gut auf wird, die Techniker Aber so in der extra Bereich, in diesem Netzplay, auch nicht verbindlich bei ZEGA So die Techniker, den Wichel endlich mal auf und anzurufen Wo wir richtig danken können Wir bekamen die Möcke Aber nur hoffen wir sind Wir sind wirklich faker und unterliegen Es ist bestimmt schon einige passiert Aber wir leben auch nicht Ok, wir sind immer nur in diesem Tempel Und uns beherren Oh, wir sind noch sehr, sehr tief Sehr, sehr wohl Ich habe schon einen Nullplan, wo es weitergeht Gehen wir nochmal vor Eins, Zwei und Drei Oh, meine Magie geht aus Sehe ich gerade jetzt erst Ist doch was? Nein, gehe gerade nicht runter Nein Ach, nö Jo, jo Aber Magie ist wichtig Magie Nein, nicht unter spring Trottel Und da bist sie vergessen Nein Ich brauche Magie Doch ganz runter spring Hilft nichts Damit keine andere Wahl Jawohl, weil sie Spaß macht Das ist Maki Jo Dann kommen wir ganz normal Genau Diese Eis Ähm Eisbeule Wegschmelzen Eins Und die Nummer Zwei Und die Nummer Zwei Oh, wo lang? Ich glaube Wieder mal die Frage Urlaub Ich glaube es gibt beides gleich Oder? Ja Leg mich Einmal, zweimal, dreimal Ja Komm, wir sagen gleich Das Ich bin Aha Okay Gut, gut, gut Was haben wir zumal Ah, nein, 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 nein Wie braucht man? Ich stell mal die Maske Jawohl, ich wusste es Ich wusste, wusste es Aber ist es hier? Das... Schon braucht es durch... Das war's, genau Dann gehen wir wieder hin Aber NICHT Wunderfall Bitte Sondern Fackel Nummer 1 Fackel Nummer 2 Und die Nummer 3 Perfekt So mag ich das Ja, ja Dann dauert nicht mehr viel Zeit Einen Tag noch möglich Okay, es ist geboren Aber ganz ruhig bleiben Nur kein Stress Oh je Davon weiss ich gar nichts mehr Von ganz oben runter Ganz unten Weiss ich nicht mehr Gehen wir da lang Hier, hier, hier Okay Kurz Problem Rätseln am 1 Ist ja unten noch was? Nein Hm, Mama Wasserrätseln Hier rein Nein Nein, nicht der Wolf Ich schau auch noch zu Genau Heee Ah, ja, ja Jetzt, jetzt 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 geht es wieder an Geh rauf, geh rauf, geh rauf Da Hier rein Guck mal Zwei mal Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Hier ist wieder unten Warum? Warum? Hier alle Platz machen? Jawohl! Die Magie ist sehr wichtig! Sehr, sehr wichtig! Und? Echt, du Schlüssel? Ich dachte aber was anders ist Oh! Knapp, knapp, knapp! Meine Ratte! Meine Ratte! Kim, 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 Kim! Okay! Dann! Auf dieses wunderschöne Auge! Eins, zwei, drei! Ach, Mann! Stehst du nicht? Und, jawoll! Beginner! Dann! Stimmt, stimmt! Bin ich blöd! Ich wusste irgendwas an! So! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Ich muss genau springen! Wie passt für diese wundervolle Vieh? Oh, dann ist nicht mehr! Nummer 19! Das wollte ich nicht! Taxi! Taxi! Ach, Mann! Noch mal die Auge! Aber ohne Feuerpfeil! So! Mann! Kaul! Ich nehme auf! Oder mache ich irgendwas! Entschuldigung! 100 Milliarden SMS! Oder von was mache ich! Oder anrufe! Wie warm egal! Nichts mache! Dann! Meldet sich! Kein! Schwein! Wahnsinn, Mann! So! Diese Platte gleich! Meins! Dann! Vorsicht! Oh-oh! Da haben wir schon Fehler gemacht! Scheiße! Verdammt! Wurscht! 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 Vorgung im Neufall weiter! Verdammt! Ich glaube es wurden nicht so viele... Wollen sie viele... Nein! Ich nicht! Hohooo! Sehr gut! Du sieg'musst wurden viele! oder? wie geil, oder? er will was ach vielleicht wie schlecht schlecht aber einmal ok zweimal ok das wird Feuerpfeil schneller Feuerpfeil ok jawoll viel viel schneller aber noch nicht hinaufgehen nein nein ok aufschwaden mal alle Pfeile oder war uns unbedingt auch was? nein echt nicht hier war was ne ja ja nein echt nix 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 man sieht die saifblase nix warum auch immer etwa nicht nur mein emulator sorry oder es liegt nur wirklich nix wo nur die Augen der Wahrheit kann ja auch sein der Exersem wie geht's denn denn? aua ein Schwert mit dem Rücken zum Kämpfen ist eine Chance nix nix aua na mit Rücken mama aua es ist heiß tötet ja übrigens das kann ich auch jetzt wollen und dem Feuerpfeil nein, hauern auf! Achtung! Ah ja doch, der Vieh aus Ich sagte, ich werde heilen Ok, warte Soll ich jetzt einmal Schon hier Ich muss verlaschen Lappen Nummer 12, das fehlt noch 3 für ihn Sehr, sehr, sehr Schmuck Da ist dann nichts mehr Der Part ist auch schon bald vorbei Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich wirklich verarschen? Leck mich doch Leck mich doch Die ganzen Scheißweg noch einmal Hurra Und wie schön es ist, hurra Du bist unbesiegbar Sehr schön Ich bin auch wichtig Ok Oh Oh Noch wenige Stunden Und Bums Jetzt heißt Nichts aufgauen Und Das schön Warten Dass man ganz oben ist Hör 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 Ich wohne mein Küppchen Einmal wieder hier rein Machen wir schon so lange nichts drin Genau Und hier Wir springen Ach das auch noch eine Eisplatte Hehehe Zurück, mein Lieber Töne Fünf Zwei Zwei Töne 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 Ich sage, ihr könntet mir normalerweise es schaffen. Das war zu normal. Man kann es komplett schaffen. Wenn wir nichts so doof anstellen. Wie ich. Nein, aber schaffen wir es. Schaffen wir auf alle Fälle. Aber wo lang? Wahnsinn. Wieder mal runter. Nicht weil wir es falsch gemacht haben. Sondern. Wege. Das hier. Schnell ich. Gar nichts mehr. Die Vieh nicht vergessen. Ganz ganz wichtig. Nicht, dass wir noch die Vieh. Oh nein, sehr schwierig. Und das verbraucht sehr viel Zeit von Magie Und jawoll Nichts draufhauen Ganz normal weiterfahren, als wenn nichts passiert Ganz normal geradeaus Ja Äh, kommen wir hier Vorsicht Woh, 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 woh Papa Alter Jötze Diese Typen ignorieren, sind einfach abhauen Puh, bin ich nicht gut? Na Nächster Step Ignorieren Jawoll Genau das Muss sein Warum hab ich das vorher nicht gemacht? Keine Ahnung Der TÜV treffen wir die gleichen Marien noch einmal Hallöchen, wie geht's dir? Na, ist kaputt Sieht ziemlich alt aus Der Tee Wo die Erdbeam liegt Stress lassen Einfach ganz normal weiterfahren Und jetzt will es die Nacht wird dann Stress lassen woh, woh, woh... Ganz Zit 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 Tö Zit 1 2 1 1 2 2 3 2 3 Lusche Lusche Du bist Du brauchst die Schuhe Oh Du hast Bobolei Na ja So So Dann holen wir mal diesen Maas zu schlüssel ne Liebe Freunde Das ist ein Part eh schwer Bald Leider 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 Der Monster Key Oh Aber Es war es noch nicht ganz Ich habe schon ganz vergessen Ich habe schon ganz vergessen Die Feen Und sind Equintour hier Ja Drei Feen sind hier Und drin ist nichts oder Nein Ach nein Komplett aus dem Um Geist Dreck Ah Hier ist einer Nein Mit Achtestuhl Mit Achtestuhl Shit 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 Wo sind die Feen Mit Achtestuhl Schaff ich ihn nie Hier irgendwie zu springen Ich will keinen Selbstmord machen Nein 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 Oder mit der Auge der Wahrheit Auge 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 Wo bist du Und Entschuldigt dass ihr Druck so geht Aber ich will Wirklich alles Zu 100% Lösen Äh Lösen Und Ich will ja auch Nichts Verpassen Wisst ihr ja Ja Da zählen Auch die Feen dazu Also Keine mehr Sehr gut Aua Tot weh Oh Oh Gottchen Oh mein Gott Oh mein Gott Ist hier Irrgetwas Okay Und das Könnten wir Nicht Hinein Schießen Da war schon mal Eine Truhe Geben wir Einen Schritt weiter Oh Mama Habe ich auch Angst der Sicherung davon So auch nichts Nein Sieht nichts so aus Ach du Scheiße Ja ich will hier springen Eins Zwei Drei Schau Die einzige Möglichkeit Häh Häh Alter Wo kommst Achso Ok Mit dieser Auge dabei Kann man nicht die Vieh Sehen Gerade entdeckt Na jetzt wisst mal Tees Zum Das Ist mein Nervenpitzel Teachers nya , weil die Stadt Nichts für den Ja Ich weiß Es schon lange Hier Pfee Der Part ist echt gleich vorbei Die daddy Nichts Ach du Scheiße. Wollt noch so früh. Scheiße. Stimmt. Scheiße. Verdammt. Okay. Oh, ich bin noch ganz schnell. Noch sehr schnell. Nicht ein Unterfall. Konzentriert. Geh mal hier. Wow. Da. Da. Der Bad ist eh gleich vorbei. Verdammte Scheiße. Jetzt muss ich wirklich nochmal komplett runter. Warte. Mann. Eins, zwei, drei. Ich will es noch haben. Bevor ich aufhöre. Will ich es noch haben. Nie zweifeln. Will ich hier jemals wieder rauskommen. Will ich nicht? Warte. Null Plan. Oh, der Sporn. Weg. Was. Vergesse. Ah. Oh, oh. Hier geht es rein. Auch wieder raus. Und dann? Jawoll! Güde! Genau! Das hier! Mama mia! Güde! Oh! Oh! Güde! So! Dann das hier! Und das zu vorne! Okay! Oh! Rote Augen! Oh! Rote Augen! Noch ein Hütchen! War nicht nur eine! Ah! 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 Nein! Genau! Kann man doch schon vor! Eins, zwei, drei! Scheisse! Ich dachte... Ich dachte auch nichts... Äh! Die Feen holen wir noch! Kann ich aber wirklich kaum herlaufen! Wegen die Zeit! Ah! Ein Feen weit! Dass es vergessen wurde! Entschuldigung, ihr Feen! Tut mir leid! Da fehlt nur noch eins! Da fehlt nur noch eins! Und... jawoll! Rätseln... Ohne End! Oh nein! Schwede Drecksküter! Achim! Verkrab! Bis wir echt immer wieder kommentieren! Und... Nervst! Nervst! Jetzt hauert ab, man! Nervst! Gehst du diese Sache! Danke! Okay! Huch! So! An dieser Truhe! Die letzte Seffie! Wie kann ich diese Feen nur vergessen? Ohne Schwung! Oh! Ich bin nicht so weit! Oh! Oh! Das muss ja schnell weit hin! Oh! Okay! Freunde! Zuschauer! Kollegen! Und so weiter! Wenn euch dieser Part gefällt! Wenn euch dieser Part gefällt! Lasst ruhig Daumen nach oben da! Und abonniere nicht vergessen! Ich könnte auch hier einen Teil! Post! Facebook! Whatsapp! Äh! Twitter! Alles mögliche! Und... Dann sehen wir den 6. Part wieder! Ne? Alles dann! Eingrollen! Bitte! Alles dann! Bis dann! Und... Ciao! Okay! Bis bald! Ciao!